Wir malen Lena Gerke. Mein dreijähriger Sohn hat angefangen mit einem Ei, die Struktur vom Gesicht zu machen und ich hatte mit Weiß vermischt und die ist super kernig und cool geworden. Dann hat er angefangen die Augen vom Gesicht zu machen, dann die Gesichtsform, den Mund und dann zu guter Letzt die Haare. Und das ganze Gesicht hat er mit bunten Ölfarben ausgemalt. Durch die Eischale hat er das Gesicht echt coole Strukturen. Dann hat er voller Motivation noch den Hintergrund gemacht und im nächsten Video mal ich sie.